Oh, Quatsch, Taste. 3, 2, 1. Ich hab dich drauf. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, du hast mich. Hallo und herzlich willkommen, Folge 58, Sky-Solated mit mir und dem lieben Janotoka und hier ist der Killsabstrich. Ja, heute haben wir einen kleinen Gast hier und zwar ist das der Hasebär. Nee, er macht's wirklich. Nee, Spaß. Das ist nur der Kind, das ist ein Spitzname. Der kleine süße Hasebär. Ich finde, der Name passt aber auf jeden Fall zu ihm. Ich hör Regen. Oh, ich hör Regen. Ich hör Regen. Voll verpackt. Aber wenn ich zum Tor gehe, ist er weg. Ja, du, ist ja klar, der Rainmuffler hat keine unendliche Reichweite. Ah. Ah. Und was machen wir jetzt? Ja, äh, keine Ahnung. Ich werde was anderes. Einfach den Regen über dich ergehen lassen. Entweder das oder ich arbeite woanders weiter. Es ruckelt grad voll bei mir. Alter Schwede. Du Ruckel. Ich glaube, die Insel wird schon, ich glaube, die Insel wird schon zu groß. Ich meine, im Video wird's nicht ruckeln. Es wird schön aufgezeichnet wahrscheinlich, aber hier. Ähm, naja. Ich hab noch Erde. Ich hab mal Erde. Ich hab mal Erde. Ich glaube, ja. Und ja, mal abwarten, ob das da jetzt funzt, weil wir hatten... Jetzt schmeißen wir schon mit Kamelstown. Warum trägst du nur einen Stein rum? Spacko. Oh, jetzt war weg. Hm. Dann hast du das also schon erledigt. Das finde ich ja toll. Ja, du hast ja gesagt, ey, mach du das. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, okay. Ja, so leicht kann man dich manipulieren. Ja, ja, ja. Ich hab Bock drauf gehabt. Ja, ja. Seier, seier, seier. Sprachholz. Da ist ganz viel Holz. Sehr schön. Äh, ich mach nochmal das nächste Ei fertig. Oh, so geil. Äh, pass mich mal ein bisschen um. Weg damit. Theoretisch dürfte hier noch der Sound normal sein. Ich hab den sowieso viel zu laut. Ach ja, ich hab ja auch noch Minecraft wieder komisch. Gibt das so? Machen wir den Sound auf. Äh, das ist ja kacke. Das ist okay. Das ist ja doof mit dem Rainmuffler. Ja, jo, aber wir können ja auch gleich, wenn es dunkel wird, ins Bett gehen und dann hört ja normalerweise Regen auch auf. Ja, stimmt. Yoink, yoink. Ich räume mal mein Inventar auf. Ja, natürlich so Eisenmann. Ich hab mir noch eine zweite Müllkiste gemacht. Hahaha. Ach ja, ich hab woanders gesehen. Man kann sich so ein, äh, goldenes Paket machen. Da kann man... Ein goldenes Paket? Ist wie ein Rucksack. Ist wie ein Rucksack. Allerdings kann man da irgendwie noch, ähm, Reincarnation drauf verzaubern und das heißt, man behält den beim runterfallen. Goldenes Paket. Heißt das so oder was? Ähm, back of irgendwie, was schießt mich tot. Back of Holding? Ja, ich glaub, das hab ich schon mal irgendwo gehört. Golden back of Holding. Ja. Och, ich Idiot. Ich hab noch den Cheat-Mode an, weil ich Schneckball ja das Leben zurückgeben musste. Au. Dass sie aufgrund eines Server-Lags... Ui, da fliegt er. Ja. Aufgrund eines Server-Lags hatte. Dann, äh, werde ich das mal ganz prompt hier umstellen. Wie geht denn das? Ach, jetzt kriegen wir bestimmt den nächsten Strike. Cheat-Mode. Receipt-Mode. So. Ja, ich hab's ja, äh, für alle ersichtlich da runtergeschmissen. Okay. Von der Insel. Ins Void. Also, wenn ich's da noch... Sehr gut. Wenn ich's da noch bekomme, dann, äh, bin ich gut. Das ist gar nicht so schwer. Hm. Ich muss leider mal den Sound ausmachen. Okay. Wir brauchen dafür nur drei Gold-Barren, einen Gold-Block, ne Kiste und vier Wolle. Ich würd' sagen, dann machen wir uns doch mal zwei, ne? Machst du mir auch einen? Oh, Baby. Ich mach's dir. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Wolle haben wir wahrscheinlich nur unten in der Mob. Ich traule so lange mein Ei mit Erde. Oh, wir haben sogar noch fünf Wolle. Das ist eine alte Sau. Haben wir eigentlich noch irgendwo Wolle? Oh, Mann. Wolle, Wolle, Wolle. Ne, da muss ich runtergehen. Lalalala, ich kann hier runterlaufen. Lalalala. Entschuldigung. Manchmal geht's mit mir durch. Manchmal geht's mit mir durch. Allerdings. Allerdings. Oh, ich muss ja noch Pilze setzen. Doin, doin. Verdammt. Für Wolle braucht man nur vier, oder? Ja. So, Kisten. Zwei Kisten brauch ich noch. Jetzt hab ich grade das Holz oben gelassen. Warten wir's einfach mal ab. Und irgendwann haben wir einen kleinen Märchenwaldabstrich. Äh, ja. Kein Pilzabstrich. Ist klar. Ich möchte mir angewöhnen, andere Wörter für die Sachen hier zu benutzen. Ja, Abstrich ist ja auch so ein schönes Wort. Das benutzt man sowieso viel zu selten. Äh, naht. Gold. Haben wir überhaupt viel Gold? Ich geh mal gucken. Ich sag jetzt nicht mehr Pimmelstraße, ich mach einfach die Skrotumstraße draus. Hä? Kann man das sagen? Elektrum, Gold, 20 Ingots. Dann sag ich... Hab ich Penisstraße schon gesagt? Ja. Echt? Was kann man denn noch sagen? Wenn du mir mal den Unterschied zwischen Pimmel und Penis erklärst, dann... Es gibt ja keine, es ist ja noch ein anderes Wort. Achso, und Skrotum ist ja auch das gleiche, ne? Ja. Ja, eigentlich schon, ne? Hast du schon gesehen? Ich hab den Baum weggenommen. Was für ein Baum? Den ersten in Jungle? Ah, der ist schon lange weg. Ja, der ist ja schon lange weg. Ich wollte schon gerade sagen, der ist doch bestimmt schon tausend Folgen weg. Ja, ich glaub auch tausend Folgen waren das, glaub ich genau. Das ist ein Jubiläum. Oh, tausend Folgen. Kein Baum mehr. Lalalala. Ähm, nein. Ich hab keinen Baum. Oha. 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 Wir sind nicht mehr alleine. Ah, nein. Hör mir auf. Hör mir auf. Hör mir auf. Kaum kommt ihr, regnet's. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Mal gucken, macht er Slime? Ja, wie, was? Ne, macht kein Slime. Also, so wie ich das hier sehen kann, weigert er sich Slime zu machen. Äh, wo ist er, wo ist er? Wie weigert er sich? Funktioniert nicht? Er weigert sich. Er weigert sich. Ja, aber es muss doch erstmal der andere weg sein. Au! Wachst doch einfach in mir. Lauf doch nicht weg. Ich will dir was geben und du läufst weg. Was? Golden Bag of Holding? Ja. Golden Bag of Holding? So, und wie kriegen wir jetzt Reincarnation darauf? Irgendwie mit Verzaubert. Der hat doch schon. Golden Bag of Holding. Achso, ne, der hat das noch nicht. Wisst mal gern, wie man den überhaupt anzieht. Ha, wozu kein Inventar aufräumen? Ah! Geil. Geil. Hast du den schon angezogen? Ja, den brauchst du ja nur in der Leiste haben. Ah, ach so einer ist das. Und rechtsklick kann ich dann rein... Aha, sehr schön. Ach, da brauche ich nicht rein... Ach, da brauche ich nicht rein... Ach so, Share Leaves mal wieder ausmachen. Aber wächst da wirklich keiner von diesen... Saplings? Von den... Ist das neue Minecraft Musik? Ja, bei mir auf jeden Fall. Ach krass. Der packt die Saplings sogar in den Golden Bag of Holding, wenn du die einsammelst. Aha. Oder habe ich die gerade selber da reingepackt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht. Ähm, Minecraft Musik. Oh, heute lasse ich mal die Minecraft Musik an. Ich mag sie. Sie reagieren gar nicht auf uns. Das ist aber frech. Aber ich mache sie mal ein bisschen leiser. Oh. Es sind schon drei... Ne, vier Ender Lily Seeds auf 14 Prozent. Mühselig ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Habe ich noch eine Angel? Daaaam. 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 Ich muss die Musik leiser machen. Wo ist meine Angel? Ich muss die Musik noch leiser machen. Ist die Minecraft-Standard Musik so laut? Hast du meine Angel geklaut? Ist möglich. Du frechdags. Ähm. Ich wollte Erde holen. Meine Güte. Da hab ich die da reingemacht. Aha, da sind sie, okay. Ich nehm alles zurück. Beziehungsweise, nö, du warst ja. Oh, immer bin ich schuld. Ja, wohl geil. Kann ich die Golden Bag of Holding komplett in meine Dreckkiste packen, ey? Wahrscheinlich ja. Mal gucken, ob die Items da nicht in meinen... Ah, ist ja cool. Ist ja cool. Los, Fischi, Fischi. Ui! Jetzt hab ich aber nichts zu essen dabei. Das ist ja doof. Ist hier was drin? Nö, natürlich nicht. Kinti, erzähl mal einen Schwung aus deiner Jugend. Du willst doch nichts Versautes hören, dachte ich. Gute Antwort. Oh, ich glaub wir können ins Bett gehen. Oder? Ja. Ach, die anderen gehen schon. Haben wir jetzt zwei Betten. Ah, ich muss wieder den Sound ausmachen. Dieser Regen. Wir brauchen einen neuen Rainmuffler. Nein. Aber... Ähm, hast du mal in der Strongbox geguckt? Da ist bestimmt noch einer. Weil jeder von uns hatte doch am Anfang einen Rainmuffler. Äh, stimmt. Bist du grad bei der Strongbox? Nö. Hm. Ich bin grad am Fischen. Macht ja sonst keiner. Soll ich das linke Ei komplett zum Pilzwald machen? Keine Ahnung. Ja. Wenn du Lust darauf hast, dann tu es. Ja, ich weiss was ich hier draus mache. Ich brauche nicht mal Grass Salmon. Ich mache hier mein Gemüse Bait. Gemüse? Aber das ist doch viel zu gesund. Du weiss was ich meine? Wir kommunizieren. Jetzt werden wir die Füße brauchen. Oh, das ist so. Weil die Quäste. Sie werden kommen, Paul. Sie werden kommen, ja. Wenn du es baust, werden sie kommen. Ja, genau. Joing. Wer hat es noch gleich gesagt? War das Alice Cooper? Keine Ahnung. Wir sind unwürdig. Wir sind unwürdig. Wir sind unwürdig. Das war wieder was anderes. Nee, das war der gleiche Film. Oder war das der erste Teil? Keine Ahnung. Na los. Kaum Fischi Fischi. Oder haben sie das Zitat vielleicht öfter verwendet? Warum leer? Mann, das nervt. Der nahm die Sablings nicht ein. Wer sammelt die Sablings nicht ein? Der Haarplanter. Der Haarplanter. Der Haarplanter. Der Haarplanter. Der Haarplanter. Der Haarplanter. Erstedassel. Der Haarplanter. Endicesang. Der Haarplanter. Der Haarplanter. Ist doch drauf für Punkt? Der Haarplan двухräger Norden? Unserso wäre da hätte. Weißt,киlern Schuhe mountaine. er regeln die ist ja endlich weg so die netterwarzen sind die fische vertrieben das ist dein geruch mein freund denn da war es deiner weil du hast sie gerade verschreckt echt so netterwarzen in die magiekiste dabei kann ich mir gleich mal ein golden back of howling wiederholen warum hast du mir nicht schon früher gesagt dass du was gibt die sind ja echt voll einfach herzustellen sieben fische sehr gut was mache ich denn jetzt mal ich brauche einmal ich habe einmal ich brauche setz ich einfach erde rein das ist meine zweite antwort gewesen danke danke ich habe schon an vielleicht wächst er dann ins unermessliche nee das ist gar nicht mehr möglich 35 meter warzen so gut eine problem hat keine können die schon noch gebrauchen so ist da auch mein apfelsaft meine karotten sind da drin warum habe ich kein ich mache mir jetzt die aufmachen ist doch direkt unter der anderen kisten untereinander das geht ja ach so das darf nur kein gar kein nichts fest ist halt quasi über sein ach so so verbessern wir jetzt mal noch mal das schwer das geht dann nehme ich doch gleich auch das obst mit da sind die samen das kann ich denn gebrauchen bell pepper brussels sprout was auch immer das ist ich wollte ja noch was kraft denn ich wollte ja noch was kraft und brauchen wir nicht das ist das ist das ist das vielleicht aus der erweiterung für timecraft da kenne ich mich auch nicht mit aus sugarcane ich mache endlich mal eine ordentliche sugarcane vielleicht dann nehme ich mir noch ein stack baummehl ähm kinsey komm mal hinters haus wir haben ein neues tier willst du mich hinters haus locken oh ja möchtest du ein bild mit dir und dem walrus machen nein wo hast du den walrus her wie hast du das denn gemacht das sieht ja überhaupt nicht blockig aus süß ne wie sollen wir das denn extra cells okay dann wirst du walrus nennen wie wärs mit rudy finde ich auch gut rudy föller ja rudy föller nennen es rudy föller das ist eine gute idee okay oh man ich brauche mal ein bisschen wasser ich versuche mal kurz sitze ich code oh ja code gucken ob das geht so fisch fieder tschüss erde hallo kabbelstern hau war jetzt in die kälter zu hot okay es ist ihm zu warm daran schauen wir doch mal unserem code ist es zu warm was tun wir da geht so 1 2 3 1 2 3 also hier wirklich warte mal 7 ja klar 6 plus 1 und 1 ist wasser ist klar machen wir aber noch was unter das lasse ich nicht so heating komponent cooling komponent da ist es doch okay das ist nicht viel ein iron und ein eisen ein eisen und drei holz das krieg doch hin lalalalalala so und jetzt mit 6 sein 1 2 3 natürlich kein eisen perfekt perfekt was machst du was machst du erzähl doch erzähl doch eine bewässerung fürs feld aber da habe ich denn hin machst du eine sprinkleranlage ne das noch nicht die ist ja ziemlich teuer die sprinkleranlage findest du ja relativ und da muss man auch noch man müsste eigentlich auch noch ein system bauen damit der wasser kriegt also ein akkverloss akkumulator an den tank da und anschließend und die dinger kosten noch nichts ja das habe ich jetzt aber keine machen wir haben die gießkern hätte die sind auch nicht so gut wie die gießkern die sprengler aber es geht fast man muss nicht die ganze zeit rüber gehen wir reagieren doch was ach ja ich dachte schon ihr reagiert nicht hallo ich glaube sie haben wirklich nicht am anfang gelesen dass wir was geschrieben haben ja du ich bin der kalt holz ach ich hätte noch ein eimer kann ich über das wahlhaus kann ich nicht durchlaufen auch sprengt auf dem wahlhaus reiten kommt hinten raus aus dem haus und ich reite auf dem nein warte ich komme ich komme na gut ich gehe aber aber ich war ja ich habe es gerade gesehen ich reite das war ja reicht so leid nehmen kann da sogar ich kann da sogar reingehen so ein bisschen ich kann doch eben auf den schwanz treten genau das gleiche was ich mit unserer map mache ich trete hier auf den schwanz hallo was geht's doch ja mache ich jetzt schon wieder ich bin auf dem weg zum mai warum funktioniert das nicht wie ich das möchte 1 2 3 1 2 3 und dann da in 1 2 3 pop bereiten ist keine hexerei genau diese sind die erde jetzt hier oben ist ja praktisch ah das ist das verdammt ich brauche 4 grad wärmer 4 grad kälter das heißt so viel ja das das brauche ich ja ach so jetzt passt es nicht mehr egal ich habe noch ok ich brauche noch viel mehr wasser dann mache ich mir hier mal ich brauche ein snowball geht es noch scheiße jetzt die erde weg das funktioniert so noch nicht warum machst du denn die erde weg dann schon mit leichten neue ganz einfach ganz einfach das ist auch schon eine unendliche quelle ich habe noch eine unendliche quelle in meiner hose könnte man noch ein bisschen solz in die siebe geben oder wasser wir sind übrigens schon mal 21 halb minuten scheibenhonig magst du nicht wo nicht scheiben geht geht so unendliche quelle fertig wasser wasser 123 123 ich mach mal noch ein bisschen solz in produktion hier noch so und kann man immer auch ender lily zwei stück schon bei 29 prozent nice ich meine wir können auch endermänner rum ja aber das problem ist es wird ja nie nacht ja jetzt wo wir mit den anderen zusammen gehen wo die beide zwei also wo die zwei wetten haben das ist halt ja naja ich kann es ihnen ja nicht verdenken ich hätte auch keinen bock auf monster wir müssen in 30 sekunden fertig sein nur so als info also ja dann mach ich die abmacht ok ok ich verabscheue äh schiede mich warte mal so ein bisschen von euch ich bin grad ein bisschen konzentriert gewesen ok so mit blick auf die schöne nächste insel hier und den pilzabstrich ach ne ich wollte ja den pilzabstrich sagen egal Märchenwald ähm verabschiede ich mich von euch ich hoffe es hat euch gefallen lasst ein like da oder ein abo bei mir oder dem drucker ist mir egal lieber bei mir ähm und dann sehen wir uns das nächste mal wieder wenn es heißt Sky Soilete Folge 59 reingehaut jo tschau machts gut bis dann 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 bis dann